Game Based Game Check, der Game Check der LFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg und der Computerspielschule Stuttgart. In diesem Game Check möchten wir uns das Spiel Friedrich Ebert, der Weg zur Demokratie anschauen. Und für alle, die nicht wussten, wer Friedrich Ebert ist, und da zähle ich mich auch mit rein, bevor ich diesen Game Check gemacht hatte, Friedrich Ebert war der erste demokratisch gewählte Präsident Deutschlands. Friedrich Ebert ist ein junger Handwerker aus Heidelberg. Nach Jahren der Wanderschaft lässt er sich in Bremen nieder. Ebert engagiert sich gewerkschaftlich und in der SPD. Rasch steigt er innerhalb der Partei auf. Wie weit führt ihn sein Weg? Das Spiel versetzt einen zurück in die Zeit der Weimarer Republik im Deutschland, des frühen 20. Jahrhunderts. Und das Spiel konzentriert sich auf das Leben und die politische Karriere von Friedrich Ebert. Dabei repräsentiert das Spiel die politische Landschaft dieser Zeit und ermöglicht es dem Spieler wichtige Entscheidungen zu treffen, um die Demokratie in Deutschland zu schützen. Dabei übernimmt man selbst als Spieler die Rolle von Friedrich Ebert und muss politische Herausforderungen bewältigen. Wie zum Beispiel den Aufstieg extremistischer Parteien bekämpfen und wirtschaftliche Krisen und soziale Unruhen bewältigen. Das Gameplay ist eine Mischung aus rundenbasierten Strategie-Elementen und politischem Management. Der Spieler muss immer wieder gucken, welche Entscheidungen er trifft, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, politische Bündnisse zu schmieden, um eben Reformen durchführen zu können und die Stabilität des Landes zu gewährleisten. Auch alles Sachen, die es jetzt immer noch gibt. Das Gute ist also, man bekommt einen Einblick darin, wie es damals war und sieht aber die Parallelen zu jetzt. Denn es ist ja im Endeffekt immer noch eine demokratisch geführte Bundesrepublik, wo sich vielleicht äußere Umstände verändert haben. Aber im Endeffekt geht es immer noch darum, wie wirke ich als Politiker und wie schaffe ich es, dieses Land zusammenzuhalten. Die Grafik des Spiels ist okay, jetzt nicht herausragend, aber die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv. Also man findet sehr schnell alle relevanten Informationen, die man braucht und auch die Musik und die Soundeffekte sind ganz gut. Das finde ich immer ganz wichtig, wie man vielleicht bei den vergangenen Gamechecks gemerkt hat. Ein weiterer positiver Aspekt des Spiels ist seine historische Genauigkeit. Ich habe jetzt ein bisschen im Internet nachgelesen, was ich alles zusammenfinden konnte über Friedrich Ebert und das Spiel hat das alles auf eine sehr gute Art und Weise repräsentiert. Man bekommt wirklich Einblicke darin, wie komplex die politische und soziale Dynamik dieser Zeit war und es ist schon offensichtlich, dass die Entwickler viel Wert auf die Authentizität gelegt haben. Das Spiel ist entwickelt von der Stiftung Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte und dient dazu, das Andenken und das Wirken des ersten deutschen Reichspräsidenten zu wahren und das Verständnis der deutschen Geschichte zu gewährleisten. Ich finde, dass das ein sehr guter Ansatz ist, die Geschichte so vermitteln zu wollen, denn wie ich am Anfang gesagt hatte, ich wusste nicht, wer Friedrich Ebert ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob wir das im Unterricht gelernt haben. Wenn ja, dann nicht auf eine Art und Weise, die jetzt in meinem Kopf hängen geblieben ist. Deswegen finde ich das als Serious Game auf den Markt zu bringen eigentlich gar nicht schlecht, denn auf diese Art und Weise kann zumindest ich mir die Sachen besser merken. Man muss allerdings dazu sagen, dass wahrscheinlich Leute, die absolut gar kein Interesse an Geschichte und Politik haben, es trotzdem langweilig finden könnten. Es ist natürlich jetzt nicht der AAA-Titel. Es kommt vor, dass die Sachen sich wiederholen. Also ich meine jetzt die Spielmechanik und es fehlt vielleicht Abwechslung. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass das echt eine super Möglichkeit ist, das in den Unterricht mit einzubauen, weil es eben für Abwechslung sorgt, im Gegensatz dazu, alles aus dem Buch lernen zu müssen. Und wenn man das als GFS-Thema aufarbeitet oder Teile davon, die Schülerinnen und Schüler spielen lässt, dann kann das wirklich eine sehr gute Ergänzung für den Unterricht sein. Und das Gute daran ist, auch dieses Spiel könnt ihr kostenlos spielen. Bedeutet, im Gegensatz zu anderen Titeln, die wir hier jetzt eben auch schon erwähnt hatten, ist es so, dass ihr für dieses Spiel kein Geld ausgeben müsst. Also wenn ihr jetzt Lehrkraft seid und das mal ausprobieren möchtet, könnt ihr es euch anschauen und auch eure Schülerinnen und Schüler einfach runterladen und für den Unterricht aufarbeiten lassen. Alle weiteren Informationen zu dem Spielkonzept, das wir wie immer auf der Games im Unterrichtsseite haben, findet ihr in der Beschreibung des Podcasts und auch einen Download-Link für das Spiel.